Herzlich Willkommen an Freunde, wir spielen heute den neuen Spielmodi auf Mineplex, also irgendwie ist hier gerade so ein Event am Start und zwar Alien Invasion Äh, man muss hier, denke ich, okay, sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Jabberon, was man hier machen muss Und dabei Aliens abschießen, oder die schießen uns ab Okay, achso, oben, oben fliegen ein paar Aliens herum, das ist echt interessant Ja, ja, auf jeden Fall Wir versuchen uns abzuschießen und wir müssen die versuchen abzuschießen Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden So, ich war nämlich richtig überrascht, eigentlich wollte ich Masterbilders oder sowas spielen Äh, oh, guck mal, da wird der Niklas wieder Hi So, der Niklas erkennt mich nämlich Oder? Der ist es doch So Was? Der ignoriert mich Der Niklas, da, da ist er Da ist er Der ignoriert mich einfach So ein Lappen Du bist blöd, der Niklas Hallo, der Niklas, hallo Okay, da nicht Mann Der ignoriert mich einfach eiskalt Oh Gott, die schießen schon ganz gut Oh Gott Komm, los Los, los Puh Alter, ich bin zwar fast down Aber Noch Habe ich Wenig Herzen Also der Spielmodi Ist seltsam Ist auf jeden Fall Seltsam Mann, 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 Mann Ich würde gerne mal eben hier mich kontaktieren mit der Niklas Mal gucken Ist er wieder hier drin? Ne, diesmal nicht, okay Schade Ist recht lustig Der war mal Developer Auf the Ways Ja Und dann Ist er rausgeflogen, glaube ich Oder ist selber gegangen Naja Äh Oh Well Guck mal da nach Da oben Da ist auch Kyle der Creeper Wieso ist denn der da oben? Und die 5 Trailer Shards sind da oben Oh mein Gott, Leute Die Alien Invasion Wir müssen uns alle verstecken In 6 Sekunden Kommen die Aliens Ah Och Siri Ich hab dich nicht gerufen Wie oft noch? So, sind das die Blaster Ja, das sind Blaster 3000 Schuss Schuss hat man Okay So, komm Ich schieße einfach mal von der Ferne ab Erstmal Oder lassen wir die Idee Arbeit erledigen Und ich Aua Hinter mir sieht es gerade nicht so toll aus Ach Ach, die respawn wieder Oh mein Gott Das wusste ich auch nicht Dass die wieder respawn So, komm Falsch an Kriegt man zum Glück nicht So, hop Komm Aua 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 Puh Das haben wir Ganz gut geschafft Doppelsprung hat man Das ist auch sehr gut So, der ist auch weg Lass ich den mal ein bisschen weiter vorne Och Gott Boah Ich dachte ich fall runter Ich dachte ich fall runter Da hab ich ja nochmal Glück gehabt So, komm Komm So, den haben wir auch Puh Eben ein bisschen regenerieren Ich weiß nicht ob die respawn So Gehen wir mal weiter Boah Ich find den Spielmodi eigentlich Recht cool Ist so ein bisschen ähnlich wie Dürgen Oh Gott Ich seh nichts wenn der In mir hier läuft Boah Ist ja so cool wenn man jetzt hier so ein Pet Gewinnen würde Komm Oh Gott Puh Ich bin gerade Aua Scheiße Jetzt muss ich laufen Okay Buck hat gewonnen Ja Das war echt eine coole Runde Leute Ich denke Sagen wir noch eine Runde Eine vielleicht noch Ich werde aber gerade nicht geportet Deswegen Äh Doch Okay Ähm Machen wir noch eine Runde Ja okay Komm Komm Eine gute Runde schaffen wir noch Eine gute Runde schaffen wir noch So was gibt es hier Game Amplifier Dinger Okay Kosmetik Trailer Shards Habe ich auch schon mehr 22.000 Kid Selector Partikel Okay Das ist glaube ich neu Ist echt interessant Partys Ja Okay Auf zur letzten Runde Yeah Ach die Lobby ist auch cool Lobby ist echt cool So Oh Der hat so ein Kid Dingsbums Ich glaube wenn man hier einmal gewinnt Dann bekommt man sowas Oder Das kann ich mir Krass vorstellen Die haben sich krass Nach vorne gepusht Gepusht Aua Oh Gott Gut Die töten den Ich laufe einfach weiter So Diesmal nicht stehen bleiben Oh Gott Bitte mich nicht Treffen Danke Hopp Hopp Gut Die sind abgelenkt Mit ihm Okay Vielleicht jetzt nicht mehr Ich weiß es gerade nicht So So Dann können wir hier weiter laufen Super Ich habe schon wieder Diese kleinen Grafik Bugs Ich weiß auch nicht Woher die kommen Das weiß ich nicht Auf jeden Fall hat er es gleich Wenn er so weitermacht Aber ich würde ihn ganz gerne Den Sieg Wegnehmen Wegnehmen bitte Lasst ihn runterfallen Bitte Leute Ja Nice Oh Gott Oh nein Nein Leute Ich hätte es vielleicht Was geschafft Och man Och man Ich wäre vielleicht Erster gewesen Oh man Ey Kriegt man da coole Sachen Ich weiß es nicht Ob man da coole Sachen bekommt Boah der hat aber auch Einen geilen Sieges Dings Mann Ist der jetzt ein bisschen neidisch Naja Ich hoffe es hat euch gefallen Auch wenn wir nicht gewonnen haben Wir waren zumindest jetzt mal Zweiter Da seht ihr es Zweiter Und wir sehen uns dann Den Rest wieder Bis dann Euer Kamito Und ciao Ciao